Der DSC Arminia erwartet den 1. FC Heidenheim am Sonntagmittag hier in der Schuko-Arena zum Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spieltag. An meiner Seite wie gewohnt unser Cheftrainer Daniel Scherning. Daniel, auch dir ein herzliches Willkommen. Wir haben einen Motto-Spieltag und wollen ganz gerne euch damit nochmal vertraut machen. Viele von euch haben auch schon bereits darauf hingewiesen. Herzlichen Dank. Es ist der Spieltag des sozialen Engagements. Wir wollen damit das herausragende Engagement von vielen Menschen, von Organisationen, Initiativen, die sich karitativ, die sich sozial engagieren, würdigen. Wir wollen das einer breiten Öffentlichkeit vorstellen mit vielen Aktionen an unserem Spieltag. Insofern ist es uns ein großes Anliegen, darauf nochmal hinzuweisen. Wir freuen uns, dass insgesamt rund 500 Personen von karitativen Einrichtungen, sozialen Initiativen unser vergünstigtes Eintrittskartenangebot angenommen haben. Und am Sonntag dann auch beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim hier bei uns in der Schuko-Arena sein werden. Sportlicher Ausblick, Daniel mit dir und zu Beginn natürlich der Blick aufs Personal. Was kannst du aktuell rund um unsere Mannschaft berichten? Ja, hallo erstmal in die Runde. Aktuell alle Spieler oder alle Jungs fit, alle Jungs bereit. Wir können aus dem Vollen schöpfen und sind darüber froh. Und ich hoffe, dass sich das auch bis Sonntag, bis zum Heimspiel nicht mehr verändern wird. Dann eröffne ich die Fragerunde. Und wie immer verbunden die Bitte um ein kurzes Handzeichen. Markkracht, Westfalenblatt beginnt. Daniel, für dich war Heidenheim das Hinspieljahr ein besonderes. Das war dein erstes Spiel hier für Arminia als Trainer. Das heißt, du hast jetzt jeden Gegner einmal gehabt. Wie würdest du sagen, fällt dein Fazit nach 17 Spielen, also einer Halbsaison eigentlich aus? Ja, ist richtig. Wir haben jetzt einmal die Runde durchgespielt unter mir. Klar sind wir mit den 20 Punkten, die auch jetzt noch in der Tabelle stehen, nicht zufrieden. Das haben wir auch immer wieder betont. Ich glaube, dass wir in dieser Phase, seit ich jetzt hier bin, nach den vier Niederlagen zum Start, zum Saisonstart, dann auch natürlich gut erstmal reingefunden haben, wieder mit den ersten drei Spielen. Dann auch den ersten Sieg, Braunschweig, gelandet haben. Aber was uns natürlich gefehlt hat in der Phase, bis jetzt eigentlich, ist Konstanz. Dass wir die Leistungen, die wir sicherlich in der Zeit seit August auch immer wieder auf den Platz haben bringen können, nicht konstant wirklich über mehrere Spiele, über mehrere Wochen dann auch auf den Platz bekommen haben. Und das ist sicherlich der Hauptpunkt, den man, seit ich hier bin, dann sicherlich feststellen muss. Jan Alas, Neue Westfälische. Ja, hallo Daniel. In dem Hamburg-Spiel habt ihr einerseits keine Punkte geholt, aber andererseits den Matchplan weitestgehend gut umgesetzt, eine ordentliche Leistung gezeigt. Hat sich das unterm Strich gut oder schlecht ausgewirkt auf Selbstvertrauen und insgesamt die Art und Weise, die jetzt in diese Woche gegangen seid? Wie hast du diese Trainingstage erlebt nach diesem Spiel? Ja, wir haben sicherlich natürlich gesehen, was möglich ist, auch bei einer Spitzenmannschaft wie dem HSV vor einer tollen Kulisse. Wenn man die Dinge, die man sich vornimmt, dann auf den Platz kriegt, was da möglich ist. Wir haben eine Vielzahl an Möglichkeiten erarbeitet. Ich glaube, dass wir schon auch in Summe mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber Fakt ist, dass wir den nicht haben und dass wir da einfach gerade in der offensiven Strafraumqualität, in der Verwertung der Torchancen, ich glaube, wir hatten sechs oder sieben wirklich hochkarätige Tormöglichkeiten innerhalb der 90 Minuten, dass wir da zu wenig draus gemacht haben. Und ja, dass Hamburg natürlich gerade zu Hause dann auch selber zu Möglichkeiten kommt, das ist natürlich auch klar. Aber die Summe an Möglichkeiten, die wir hatten, die muss einfach dafür ausreichen, dass wir einen Punkt mitnehmen. Und dementsprechend hat sich auch so von der Leistung her natürlich vernünftig angefühlt. Aber wir waren alle enttäuscht, dass wir nichts Zählbares mitgenommen haben. Und das ist das, was wir in dieser Situation brauchen. Wir brauchen Punkte, ob in Hamburg, in Regensburg oder natürlich hier zu Hause. Das spielt keine Rolle, sondern wir sind in einer Situation, die nicht schön ist tabellarisch. Und da helfen uns nur Punkte weiter. Und da haben wir eine große Chance dann trotz einer guten Leistung liegen lassen. Noch mal Jan Ahlers. Ja, darauf aufbauend, was lässt sich denn eigentlich von dieser Match-Idee aus dem Hamburg-Spiel überhaupt jetzt übertragen auf das Heidenheim-Spiel? Ihr habt ja sehr wenig den Ball gehabt, oft mit hinten mit fünf Mann gestanden, noch mal drei davor und die Räume verdichtet. Heidenheim ist ja jetzt nicht dafür bekannt, so ins Risiko zu gehen, so viel Dominanz auszustrahlen wie der HSV. Wie inwieweit verändert sich da eure Match-Idee? Und Heidenheim kann ja auch umstellen, auch mal auf ein etwas einfacheres Spiel mit einem Zielspieler vorne flanken, hohe Bälle. Die sind ja ein bisschen variabler. Ja, ich glaube schon, dass wir Teile des Matchplans vom HSV-Spiel auch weiterhin jetzt gegen Heidenheim brauchen. Fakt ist natürlich auch, dass Heidenheim in der Situation ist als Dritter und oben dranbleiben möchte. Sie kriegen Druck von unten, von Paderborn, die aktuell sehr, sehr konstant siegen und punkten. Also werden sie hier natürlich deutlich mehr fürs Spiel auch machen müssen, machen werden wie vielleicht Rostock oder Sandhausen. Was uns dann natürlich ähnliche Räume oder Möglichkeiten auch geben kann. Und trotzdem natürlich haben wir ein Heimspiel, wo wir selbst aktiv sein wollen, aktiv sein werden, um, ich habe es gerade gesagt, um natürlich auch die drei Punkte hier zu behalten. Ich glaube, wir hatten das Thema ja auch vor Hamburg, dass uns die Mannschaften von oben dann auch aktuell ein bisschen mehr liegen, weil sie einfach mehr fürs Spiel machen werden. Sicherlich ist Heidenheim nicht im Detail vergleichbar mit dem HSV, hat seine eigene Idee, steht natürlich für da nochmal andere Dinge. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wenn wir eine ähnlich gute Leistung bringen wie in Hamburg, dass wir auch am Sonntag die Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Mark Kracht. Das klingt jetzt erstmal alles so, als ob du von eurem Spielsystem her auch überzeugt bist aktuell oder ist eine Umstellung zurück auf eine Viererkette auch nochmal denkbar? Ja, es ist immer denkbar, weil wir glaube ich beide Systeme drin haben. Es ist immer dann natürlich die Frage, was erfordert das nächste Spiel, was passt am besten in der aktuellen Situation zu der eigenen Mannschaft. Wir sind auch, und das haben wir ja auch oft in dieser Saison schon gemacht, auch in der Lage, das System dann zu switchen von fünf auf vier oder von vier auf fünf. Beide Richtungen sind ja schon, oder es gab ja Spiele, wo wir beide Richtungen verändert haben. Ja, Fakt ist, dass es auf Hamburg, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst hat, weil wir dem Gegner einfach ganz, ganz wenig Möglichkeiten da gegeben haben und so in viele gute Umschaltmomente gekommen sind, aus dieser Systematik heraus, aus der tieferen Position, die uns dann auch eine viel zu lang großen Möglichkeiten gebracht haben. Ja, Mareike Zeck für den WDR Hörfunk. Ja, hallo auch von mir. Inwiefern haben Sie sich denn auch speziell mit Tim Kleindienst beschäftigt vor diesem Spiel und inwiefern ist Ihr Spiel auch von ihm abhängig? Ja, ähnlich wie Glatzel letzte Woche ist es natürlich ein Top-Stürmer der Liga, 15 Mal getroffen, zuletzt vier in einem Spiel. Der wird schon mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet sein, wie insgesamt, glaube ich, die Heidenheimer Mannschaft, weil sie ja auch zu Recht dort oben stehen. Wir haben das Thema natürlich auch direkt zum Start der Woche, Mittwoch, Früh im Video und auf dem Platz thematisiert, trainiert, Dinge klar angesprochen. Es geht dann, glaube ich, nicht immer nur um den einzelnen Stürmer, sondern auch um das, was um ihn rum in der Vorbereitung seiner Möglichkeiten oder seiner Tore passiert. Da sind wir auch darauf eingestellt natürlich, dass ein Gegner auf uns zukommt, der viel mit Flanken operiert, der über Busch und Föhrenbach beide Außenverteidigerpositionen mit schnellen Spielern besetzt hat, die in der Lage sind, viele Hereingaben, ob flach oder hoch, in die Box zu schlagen. Das wollen wir natürlich schon in der Entstehung dann auch verteidigen, weil je mehr dann in der Box landet, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann mal einer bei einem Top-Stürmer wie Kleindienst landet. Aber ich muss auch sagen, dass wir das in Hamburg, gerade was das Thema Glatzel dann betrifft, einfach sehr, sehr gut verteidigt haben. Ich glaube, er hat keinen Abschluss gehabt in der Box, hat keine wirklich offensive Aktion gehabt. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Wie gesagt, ein ähnlicher Stürmertyp einfach wie letzte Woche. Ich bin davon überzeugt, dass wir es genauso gut machen werden und dass das aber auch ein Schlüssel sein wird, am Sonntag das Spiel zu gewinnen. Jan Ahlers, Neue Westfälische, nächste Frage. Wo du das Thema Flanken ansprichst, ist das denn generell ein Schwerpunkt eurer Arbeit jetzt gewesen, auch basierend auf den Gegentoren, die ihr jetzt in der Rückrunde gekriegt habt? Gegen Sandhausen erinnere ich mich, gab es Tore nach Hereingaben, gegen Regensburg war es ein Runderball und jetzt gegen Hamburg ja auch ein vermeidbares Tor, nachdem ein weiterer Ball bzw. eine Flanke geschlagen wurde auf Jatta. Ja, natürlich, das ist aber schon auch länger Thema, dass wir sowohl an der offensiven Boxbesetzung wie auch an der Boxverteidigung natürlich eigentlich jede Woche arbeiten. Das ist dann auch immer ein bisschen gegnerspezifisch, das was auf uns dann zukommt, dass wir das im Detail nochmal trainieren. Ich finde, dass wir insgesamt da, ja, trotz der Situation, die du angesprochen hast, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir lassen insgesamt auch nicht mehr so viel an Abschlüssen, an Großchancen zu, wie vielleicht dann auch schon nochmal in anderer Phase im Herbst um das Kiel-Spiel herum. Und ja, es wird, wie gesagt, für Sonntag einfach brutal wichtig, da diese Situation einfach in der Entstehung, in den Momenten, wo Flanken auf beiden Flügeln entstehen können, zu verteidigen, auch Standards nicht in der Vielzahl zuzulassen, weil da Heidenheim natürlich über extreme Qualität verfügt. War Kracht anschließend noch mehr an Ahlers? Du hast die Hamburg-Leistung jetzt nochmal angesprochen, die war ordentlich insgesamt. Ich glaube, einer, mit dem ihr und er selbst wahrscheinlich auch nicht ganz zufrieden war bei Masaya Okugawa, der hat irgendwie einen unglücklichen Tag erwischt. War das aus deiner Sicht eine einmalige Sache oder suchst du vielleicht auch für ihn noch eine andere Position auf dem Platz? Ja, da ist sicherlich vieles möglich, weil Masaya einfach sowohl im Zentrum wie auch natürlich auf beiden Flügelpositionen offensiv spielen kann. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist, aber man sieht, glaube ich, auch, dass nach dieser Verletzungs- oder nach dieser Vorbereitung, die geprägt war von seiner Verletzung, dass er noch nicht so ganz im Rhythmus drin ist. Ich habe heute Morgen auch nochmal länger mit ihm gesprochen, auch ihm natürlich dann auch meine Überzeugung und Vertrauen ausgesprochen, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass er dann natürlich am Sonntag auch von Beginn an starten wird. Das ist dann auch sicherlich noch eine Frage, die wir beantworten werden. Wie richten wir das Zentrum aus? Wie richten wir vorne aus? In welcher Systematik spielen wir? Da ist vieles möglich und ich bin davon überzeugt, dass Masaya ein wichtiger Faktor für die restliche Phase auch bis zum Saisonende sein wird. Nur wir müssen ihn in eine optimale Verfassung kriegen. Wir müssen ihn auch wieder ein bisschen freier bekommen, weil er wirkt dann schon ein bisschen nachdenklich und nicht so frei auf dem Platz, wie er es, glaube ich, in dieser Saison und dann auch davor in den Bundesliga-Jahren schon gezeigt hat. Dann gehen wir noch einmal zu Heidenheim. Die liegen ja in der Laufstatistik vorne, bei den intensiven Läufen vorne, bei den Sprints vorne, alles auch, glaube ich, mit relativ großem Abstand. Ist das so ein Wert, wo man auch als Trainer der anderen Mannschaften, wie du zum Beispiel, etwas neidisch draufguckt und sagt, ja, das hätte ich auch von meinen Jungs gerne? Und wie wirkt sich das auf dieses Spiel aus? Wie kommt man dem gegen, wenn man weiß, die können auch noch einmal irgendwie den zweiten und den dritten Akku zünden? Ja, neidisch. Was heißt neidisch? Ich meine, Heidenheim ist ja nicht erst seit dieser Saison bekannt dafür, dass sie viel laufen, sehr intensiven Fußball spielen. Ich glaube, das ist dann auch mit einem Trainer, der jetzt im 16. Jahr ist, wenn ich richtig informiert bin, dann auch ein Entwicklungsprozess. Die Spieler werden natürlich unter bestimmten Kriterien dann auch verpflichtet, die in diese Spielweise reinpassen. Wir haben uns läuferisch, seit ich da bin, auch extrem entwickelt, sind, was diese Werte betrifft, dann auch deutlich besser als noch am Anfang der Saison. Und klar ist natürlich, dass du gerade im läuferischen Bereich brutal dagegenhalten musst, viel investieren musst, nicht nur, weil es ein Heimspiel ist, sondern einfach, weil der Gegner dir das auch abverlangen wird. Und das haben wir der Mannschaft auch gesagt, wir dürfen uns nie sicher sein, weil immer dann, wenn du vielleicht eine Linie schon mal überspielt hast, eine Linie überdribbelt hast, versuchen sie, sich selbst wieder reinzukriegen, dich nochmal in Situationen reinzubekommen. Sie haben viele ihrer Tore auch aufgrund solcher Ballgewinne dann erzielen können, wo der Gegner eigentlich schon so im Angriffsmodus ist, denkt, er hat die Zeit, die Ruhe, Situationen selbst einzuleiten. Auf einmal kommt noch ein Spieler irgendwo mit einem Fuß oder mit einem Körpereinsatz dazwischen. Und das haben wir thematisiert, das werden wir morgen nochmal klar ansprechen. Darauf sind wir vorbereitet, das wissen wir. Und wir müssen es am Sonntag leben. Das haben wir, glaube ich, auch im Hinspiel in vielen Situationen sehr, sehr gut hingekriegt. Ich habe es im Spiel auch nochmal angeschaut und glaube, dass das schon auch damals einfach wichtig war, für diesen ersten Punktgewinn, den wir dann auch in dieser Saison hatten. Jan. Wenn alle Spieler fit sind, musst du wieder fünf auf die Tribüne bzw. außerhalb des Kaders lassen. Drei davon waren jetzt, bzw. vier mit Silvan Siedler, waren es bisher regelmäßig in diesem Jahr. Dann kommen noch Benji Kanuric, Christopher Schepp und Burak Inche dazu, drei Talente. Die kann man jetzt sicherlich nicht alle vergleichen, weil alle unterschiedlich alt und unterschiedlich lange im Verein. Nein, aber Spielpraxis können sie ja jetzt woanders gerade nicht kriegen. Welche Perspektive kannst du dem Trio kurz- bis mittelfristig hier geben? Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es jetzt nicht um Einzelschicksale geht. Jeder hat die Chance unter der Woche, das habe ich immer wieder betont, sich dann auch so zu präsentieren, dass er, wenn alle fit sind, natürlich ein Teil des Kaders ist und dann auch Teil der Startformation. Fakt ist, es geht jetzt um Amina Bielefeld, es geht jetzt nicht um irgendjemanden persönlich, weder um mich noch um irgendeinen Spieler, es geht um das große Ganze. Es geht darum, dass wir am Ende der Saison die Klasse halten und dem geht es alles unterzuordnen und auch dann natürlich Einzelschicksal jetzt nicht in den Vordergrund zu stellen. Und ja, trotzdem hat jeder, wie gesagt, jeder der Angesprochenen dann auch die Möglichkeit, sich dem Konkurrenzkampf, der auf seiner Position dann herrscht, zu stellen und für den Moment dann auch da zu sein, wo er wieder in den Kader oder in die Startformation rutscht. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Jan Ahlers, Neue Westfälische. Die Heimspielthematik war jetzt noch nicht angesprochen, die sich ja so ein bisschen gedreht hat durch die ersten beiden Spiele jetzt, wo es keinen und keinen Sieg gab. Jetzt habt ihr bis zur Länderspielpause drei Heimspiele aus vier Partien und das ist so, würde ich mal sagen, eine der letzten Chancen, bevor es richtig in den Endspurt geht, sich nochmal ein bisschen vielleicht auch ein Polster zu verschaffen und allgemein die Lage zu verbessern. Aber siehst du es ähnlich, dass da jetzt nochmal eine riesige Chance auf dem Teller liegt und wie sehr war das nochmal Thema? Was kann man anpassen an die ersten beiden Heimspiele, weil sicherlich gerade auch schon in der ersten Halbzeit nicht alles richtig lief? Ja, absolut. Ich glaube, dass da ein wichtiger Schlüssel drin liegt, unser Ziel dann am Ende der Saison zu erreichen und dass wir in den Heimspielen wieder konstanter punkten, dass wir natürlich auch besser spielen als in den ersten beiden Heimspielen dieses Jahres. Das ist unser Ziel. Einfach mutiger, aktiver auch auftreten. Wenn man sich alle unsere Siege zu Hause anguckt, dann rückt die Wichtigkeit des selbst erzielten 1 zu 0 auch wieder so ein bisschen in den Vordergrund. Also ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, dann zu Hause mal wieder in Führung zu gehen und dann ein Spiel vielleicht auch anders gestalten zu können. Das ist unser Ziel. Und wie gesagt, ich glaube, dass in den kommenden Heimspielen, bis zur Länderspielpause, aber auch dann bis zum Ende der Saison, der Schlüssel darin liegt, die Klasse zu halten. Ich schaue nochmal in die Runde, da ich keine Wortmeldung mehr sehe. Schließen wir die Fragerunde? Daniel, dir und der Mannschaft viel Erfolg. Dankeschön. Selbstverständlich drücken wir allen unseren Mannschaften die Daumen, besonders aber natürlich am morgigen Samstag schon unserer U17 im Spitzenspiel der U17 Bundesliga als Tabellenzweiter gegen den Tabellenführer FC Schalke 04. Das Spiel findet am Samstagmittag um 13 Uhr statt. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Wir sehen uns am Sonntag hier in der Schüko Arena zum Heimspiel gegen Heidenheim. Einen angenehmen Nachmittag.